Im Hintergrund dreht sich schon ein Propeller, wie heißt das Kapp hier? Mal schauen. Jan Reiners heißt ja hier, guck mal, das ist ein Eisenbahnfan. Das ganze heißt hier Wörpedorf. Wörpedorf. Auch nicht schlecht, da haben sie den eigenen Treller. Da kriegen sie auch noch Regen. Ja, falls mal Windstille ist, dann schmeißen sie ihn an. Wörpedorf. Was wär's denn? Da kommt noch mehr. Guck mal hier, prächtig gelegen. Das ist mit eigenem Golfplatz. Wörpedorf. Da ist noch mehr hier. Wo es da hat, das Verkehrseite, das geht. Das ist schon besser. Da fasst die große schwarze Schwester den kleinen schwarzen Bruder an die Hand. und die rollen über die Straße. Das ist das wohl. Wörpedorf, oder wie das heißt. Fischdienst. Hier muss alles gesehen werden. Schön im Herbst. Die fahren hier ohne Hosen. Wie im Sommer. Wenn man zu, packt euch mal auf die Fresse. Wisst ihr wie das Jaulen. Hier. Hier. Wir sind mal langgezogen. Hoffentlich kommt da nochmal was entscheidendes. Wörpedorf. Oder so ähnlich wie das hieß. Wir fahren auf Richtung Bremen zu. Oder in Richtung Bremen. Hier haben sie überall hier Müll rausgestellt. Richtung Sperrmüll. Papiersammlung oder sonst was. Hier wird vor einem Aussuchzeichen gewahrt. Was das zu bedeuten hat, das weiß ich nicht. Welch vom Erzeuger gibt es hier? Hier. Die laufen sogar draußen. Die sind nicht eingesperrt. So. Jetzt kommen wir auf Grasberg zu. Das sehen wir alles mit dazu. Grasberg. Das ist eine Europastadt. Oder Gemeinde zumindest. Grasberg. Jetzt machen wir nur. Geradeaus fahren erstmal. Ortsmitte ist links rum. Wollen wir nicht. Bremen geradeaus. Hier wird noch gearbeitet. Wie früher. Mit der Hand. Auch im Arbeitsdienst. Hier auch neu der Kreisel. Das sind gerade. Grasberg. Wir haben Samstag gearbeitet Leute. Das sind heute mal zum Beispiel. Nicht immer durch die Gegend fahren. Und Scheiße erzählen. Das wärs dann auch. Und Tschüss. Dann schon bin ich. Dann komm zurück inию. Dann komm mal an. Dann komm in die Puh. Wir haben Anzeige. Dann komm mal. Tschüss. Wenn wir sehen.